so weiter geht heute mit der stock muscle open herzlich willkommen zu jetzt so was wir haben schön ist gerade das lackierungsmäßig betrifft ich komme gerade ein bisschen lackierung mehr an nur diese kohle aus die lackierung immer die gut dann haben sie eigentlich auch unsere eigentlich startnummer auf dem auto und wir gehen ins erste nächste rennen 6 kilometer lang diese strecke und die folge wieder so kurz wird wie die letzte man weiß es nicht hallo und danke dass sie heute mit dabei sind bei diesem grid world series event kristen womit können wir heute rechnen naja ohne amerikanische muscle cars wäre es nicht die grid world series und in der stock kategorie haben wir einige der kraftvollsten die jetzt kampfbereit am start sind so das rennen hier bei der grid world series wird gleich losgehen vielen dank kristen ja dann auf die stadt von p14 aus also nicht ganz am ende sondern halbwegs am ende aber trotzdem wir müssen durchkommen auch hier wieder nur zwei rennen ja da wollte man aber ich war heute diese lücke aber jetzt keine böse strafe kassieren würde ich die abkürzen da wollte ich schon vorbei auf p7 vor aber irgendwie äh sagt der kollege dann nur schön außen rum so ein bisschen abbremsen jetzt mal da klappt das noch mal kräftig da flog die nächste mutter auch aber es ist uns jetzt egal wie führung hat für mich aber das ist noch die 2 ok so einmal kurz außenrum an den ersten beiden führenden und nach vorn auf p und jetzt geht es schon um unsere letzte runde letzte runde verteidige deine führung ich tu mein bestes gerade so und das sind die letzte meter und das rennen gehört uns renn nummer eins gewonnen 8 sekunden waren es am ende die wir vorsprung hatten so und das letzte rennen drei runden nochmal sydney muttersport park ok und wir starten doch schon weit auf fünf das geht aber das geht aber tatsächlich so auch dieses rennen wollen wir natürlich gewinnen klar nee Auch dieses leichte Abkürzen sollte uns nicht so häufig passieren. Schön alten vorbei. So, drei durch schon mal. Erste Runde durch. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, danke. Auch hier wieder drei Runden. Ja, also die, also die Kunde, die wir definitiv nicht so melden haben, ja? Ja. 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 So, heute in die letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Mhm. Ja. 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 So, wir schaffen noch. Der Abstand ist weit. Ja. 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 Sieg, jawoll. Leichte Reparaturkosten haben wir. Aber das ist nicht weiter tragisch. So, haben wir es geschafft? Oder? Oder müssen wir nochmal ran? Das ist die große Frage. Ich hoffe, wir sind durch. Ja. Ja, sorry, dass wir momentan so kurze Folgen sind. Kann ich leider nichts für. Wir sehen uns heute in der nächsten Folge wieder. Nämlich morgen um 14 Uhr. Und dann geht es weiter mit Time Attack Madness. Cool, und dann geht es schon weiter mit dem ProTax Challenge. Also es geht Schlag auf Schlag, liebe Leute. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.